Prozent das ist ein Wettbewerb nun das ist die Waffe so ziemlich das Unbrauchbarkeit habe ich auch schon gemerkt aber ein Stein der Fliegen kann aber sonst nichts aber aber die 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 weil es auch nur ein Stein das ist ein Steinkopf Platz da jetzt kommen wir Stech dir dein Auge aus, Auge aus, das ist wichtig. Wenn der trifft, dann aber richtig. Bumm. Nicht nur auf dem Boden. Achtung. Hilfe, Achtung. Wir machen eine ganze Skulptur. Ja. Da will ich mehr. Mach ich doch Spaß hier. Ja. Guck mal, wir gucken uns das zwei Parts lang an. Nein! Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung. Das habe ich gerade selber ausgespüren. Diesmal glaube ich dir, du hast Glück gehabt. Nee, das liegt darin, dass er Stein ist. Genau, der fliegt nicht weit. Ja, der fliegt nicht weit. Acht Tonnen, weißt du, ne? Niemals um eine Ausrede verlegen, ne? Guck mal her. Was ist das eigentlich für nie? Ja, das holen wir uns jetzt. Das ist wie böses Boss, pass auf. Böses Boss. Boss, pass auf. Oh, hab ich nicht gemacht. Ich werde mich direkt mal treffen. Oh, gut. Pass auf, wenn du den, wenn du den haben willst, dann zerstören. Hältst du mir das früher sagen können? Ja, hätte ich. Wäre aber langweilig gewesen. Stimmt, glaube ja. Ich bin ein Stein. 8 Jahre alt. Ich habe mich. Aber der ist kein Waffe. Ja. Oh, no, 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 no. Bop, bop. Noi. Nein, das ist nicht so. Mach auf. spiel ist einfach zu viel für mich auch spannend ich denke ich denke ich steckt was im spiel vom kampf kommt er musste rein quatschen bumm 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 au au da müssen wir runter nö nö ich wollte mal hinterher mal gucken was du da findest nö 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 Das ist richtig. Aber wir machen es trotzdem. So, dann können wir das jetzt machen. Der ging schon immer. Oh, warte, den blick ab. Das finde ich Mike. Mike? Fetzt immer noch zu sphren. Oh, oh. Okay, nein, warte. Jetzt kommt der, jetzt kommt Ultra, Kirby. FIFTER! Das war es dann auch schon wieder mit der Waffe. Oh, super, ich bin ein Eismännchen. Schneemann. Ja, guck mal, wie der rennt, versorgt. Nya. Nom, nom, nom. Finde ich stolz, diese Waffe zu besitzen. Ich war im Waffe, weil ich glaube, ich bin glücklich in meinem Leben. Nom, nom, nom. No, na, ist okay. Na, das ist jetzt eigentlich... Ja, das war und das. Bis? Ich glaube, ich wechsle nach dem Kampf, lieber die Waffe. Ja. Oh, au. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hm. Komm her. Nee, nicht viel, aber etwas. Nein. Mist. Hier, ganz ab. Ich weiß, ob ich vom Körbchen immer eine Wollmütze aufhaben muss, aber auch egal. Ich weiß auch nicht. Vielleicht will ich... Passt ihm nichts anderes? Nee?! E-pig! E-pig! Wir wollten immer bisschen Hammers schild vor den kopf also sie sind in diesem spiel hier findet man genug leben und ich einmal gestorben der bonusraum ist in dem schloss und gab es auch bonus hier das ja dann in der auswahl zwischen den kanzler als kirby die kopie die kopierfähigkeit an das ist total sinnlos das euch doch so kann hier siehst du jetzt übernehme ich die jetzt kann ich endlich mal in den fern und zeigen auch auch ab wieviel jahren ist kirby nochmal nicht nicht wir sind ja nicht schon auf er hat der persönliche Kapitän als treibend auch wollen wir kurz zum schnitt machen machen wir einen schnitt und wir sind uns dann müssen wenn die in diesem kinderfreundlichen Spiel und das Verstand hat man still und der Schleiter ab genau und fassen Sie die Packungsbeilage ja bis zum nächsten Mal